Hallo zusammen, ich bin Silvan, mache die Lehre als Fach bei Betriebsunterhalt und ich zeige euch heute, was man alles in dieser Ausbildung macht. Kommen doch mit! Als Fach bei Betriebsunterhalt sollte man handwerkliches Geschick haben, ausserdem muss man Freude daran haben, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Mein Beruf ist super cool und sehr vielseitig. Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man jeden Tag zu runterkommt und nicht weiss, was auf einen zukommt. Als Fach bei Betriebsunterhalt fachrichtig Hausdienst ist es schön, dass man viel im Haus arbeiten kann. Bei schlechtem Wetter oder im Winter ist das sehr vorteilhaft. In diesem Job wird es nie langweilig, denn es gibt immer etwas zu tun. Ich habe eine super Berufsbilderin, die dich in der Lehre immer unterstützt und hilft. Die Lehre startet im Bifang mit allen Lernenden gemeinsam mit der Einführungswoche. So habe ich alle Lernenden und Berufsbilder kennengelernt. Jetzt habt ihr einen guten Einblick in meinen Alltag bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch jetzt hier im Bifang Wohn- und Pflegezentrum.